moin moin liebe leute ich grüße euch zu einem neuen let's play auf meinem kanal und zwar pizza connection 3 einige werden wahrscheinlich denken oh nein noch ein netz play auf dem kanal ob das gut geht ja ich werde natürlich selber mal schauen wie lange dieses hier geht ich weiß noch nicht aber für mich ist pizza connection so ein kleines must have auch wenn die ersten bewertungen auf steam jetzt nicht unbedingt gerade so verheißungsvoll klingen ich kann mir gut vorstellen dass da so das eine oder andere war ist werden wir natürlich am laufe der zeit darauf eingehen für mich putzer connect stein muss weil ja ich bin mir tatsächlich mit teil 1 noch groß geworden vor circa 24 jahren hatte ich gelesen kommt ja auch ungefähr hin ist teil 1 veröffentlicht worden also meiner kindheit habe ich das spiel gesuchtelt und damals noch mal überlegen vor 24 jahren gab es noch nicht so viele computer spiele die auch so diese management bereich tätig war und da war pizza connection 1 mega cool ich habe es auch jetzt noch hier auf dem rechner und könnte es auch noch anschmeißen also falls mir der pizza connection 3 überhaupt nicht zusagt haben wir die möglichkeit eben auch zu noten pizza connection 1 oder ich glaube 2 gibt es auch irgendwo günstig im internet bei steam glaube ich auch pizza connection 2 zu spielen und ja erstmal kein wirklich richtigen festen upload plan auch hier muss ich gucken wie ich zeitlich schaffe ich denke dass es jetzt erstmal gegen 16 uhr immer eine folge geben wird bis auf weiteres werden wir schauen aber wollen wir nicht lange schnacken habe das ganze jetzt auch total tutorial gameplay genannt um euch ja ein bisschen das ganze spiel zu zeigen wir haben ja möglichkeiten am anfang natürlich erstmal avatar den man sich kreiert hat habe ich gerade eben schon mal gemacht bevor jetzt die aufnahme gestartet habe pizza imperium spielername fett hier kann man sich die farbe aussuchen man hat noch unterschiedliche spieler logos ich habe mich jetzt mal für diesen für diese pizza entschieden man kann ja oder wenn ihr die pizza auch nicht schlecht eine ananas wenn man möchte angebissene pizza ein brennendes pizza stück für lieferservice also man hat hier so ein paar los die man nehmen kann farbe kann auswählen man kann sein aussehen ein bisschen durchklicken hautfarbe gesichtsfarbe ändert sich dadurch am ehesten haarfarbe zusätzliche farben ja würde sagen soll man so richtig viele möglichkeiten gibt es da noch nicht aber ich denke das reicht man hat am anfang die auswahl zwischen kampagne und freiem spiel so ganz grundsätzlich kampagne sind so ein paar vorgefertigte szenarien also muss ich das muss dann durch spielen hat gewisse aufgaben zu erfüllen und kommt dann eben level für level weiter das werden wir mit sicherheit auch noch machen aber ich habe eben gelesen dass es einigermaßen probleme gibt aber ich habe mich noch nicht ganz entschieden freie spiel gibt es die möglichkeit zu sagen wir können städte auswählen rom berlin london washington paris madrid sydney das sind die städte die zur verfügung stehen man kann das sich hier so ein bisschen ändern wie man gerne möchte ein bisschen mehr bewohner heißt natürlich das wird einfacher wie hoch der wohlstand ist hat natürlich auch so ein bisschen einfluss auf die nachfrage genauso geduldig sind die leute wie lange warten ja auf eine pizza ohne unzufrieden zu werden das startbudget kann man ein bisschen einstellen umso mehr logischerweise umso einfacher umso weniger umso heftiger schwierig wird der spielstart forschungsstufen ja was muss man alles erforschen im spiel kann man forschen finde ich auf jeden fall ganz gut aber ich habe auch eben schon gelesen auf steam es gibt so ein paar wichtige details die so ein bisschen verloren gegangen sind in dem spiel aber auch hier sei gesagt man hat es ja vielleicht gesehen in den letzten tagen gab es einen großen stream von den entwicklern und die haben schon gesagt das spiel ist jetzt nicht hier von wegen ist jetzt auf dem markt und ist ende im gelände sondern sie wollen es weiter verbessern es soll noch möglichkeiten geben weitere patches addons oder so zu geben die vielleicht den ein oder anderen spielspaß dann noch wieder hervorrufen der einfach ja ich sag mal dieser pizza connection 1 war mir tatsächlich ein riesen suchtfaktor ewig gespielt und eben auch vor ein paar monaten als ich gehört habe pizza connection 3 kommt bald habe ich mir auch mal wieder den ersten teil runtergeladen um da aber wieder rein zu gucken aber war recht easy konkurrenz kann man hier noch ein und ziele kann man sich vorgeben zum beispiel gäste magnet und lautere machenschaften da kann man spiel dazu ich denke aber freie spiel starten vielleicht von anfang gar nicht so verkehrt oder wir kämpfen uns durch die kampagne kapitel 1 eine unverhoffte erbschaft erbschaft macht plötzlich eine menge arbeit das erste restaurant eine geschichte zweier restaurants statt der liebe die französische küche black pudding statt pizza der pizza blitz über london die tante aus australien zu hause ist es doch am schönsten neue spuren i like to be in america die welt ist eine scheibe aus hefeteig mit tomatensauce und käse überpacken ja ja sehr geistreich das ganze aber okay also und die kampagnen durchspielen ja ich glaube wir gucken uns das einfach mal an oder für die erste folge einfach mal zu schauen was ist überhaupt kampagne 1 vielleicht lernt man da so ein bisschen noch mal die grundlagen von der steuerung ist vom vorstellenden tutorial wahrscheinlich ganz gut ansonsten wie gesagt dadurch dass ich diesen stream gesehen habe da der letztens auf twitch übertragen worden ist mit dem entwickler habe ich da glaube ich ja schon zumindest einen kleinen überblick gewonnen wo es hier auf spiel drauf ankommt es ist nicht so wie damals so wie es gesehen hat es gibt keinen richtigen trend teilweise war ja so von wegen dem hieß es salamis oder pilze sind voll im trend und dann sind halt pizzen die salami und pilze darauf haben super trendy und werden gut verkauft dieser aspekt fehlt im spiel scheinbar noch komplett es gibt solche besondere zielgruppen hatte man aber früher auch schon also bonzen arbeiter teenager und noch ein paar weitere so wir gehen das erste mal auf pause wir haben hier ein menü hier kann man ganz normal über die einstellungen könnte spiel speichern laden mit menü und fortfahren wir haben hier informationen hier sehen wir nämlich das ist ja es ist hilfe buch kann man sagen es gibt die bonzen krufti sind die alten die studenten die teenager touristen und die arbeiter alle haben unterschiedliche vorlieben für pizzen natürlich sehen wir der bonze möchte es relativ vielfältig möchte gut gemüse haben und auch ein bisschen früchte käse gewürze fisch die lag dicke und fleisch ist alles naja muss nicht so ist ihm nicht ganz so wichtig lieblingszutaten da muss man gucken ob das mit der zeit noch dazu kommt ob man das frei spielt ich weiß nicht genau das werden wir sehen vorlieben für einrichtungen service aber auch eine klassische einrichtung hat ein bisschen geduld aber man mag keine einfachen rustikalen restaurants so hat jede gruppe für sich gewisse ansprüche und wir denken also der touri weil die teenager mal belagt dicke mögen die nicht so studenten krufti also ich weiß nicht genau touris man sieht hier auch viel preis empfindlich die sind wobei ein bonze ist auch mal bereit irgendwie 60 70 für eine pizza auszugeben wenn es toll belegt ist wobei der krufti wahrscheinlich schon mal was weiß ich 15 bis 20 euro irgendwo an die grenzen sieht ja wir mission aktuell hier ist jetzt noch nichts drin das ist auch pause naja ok hier einkaufszentrum da gucken wir nämlich gleich noch ein bisschen auf der karte so forschung abgeschlossen food truck okay also hier steht gleich so ein bisschen informationen drin da kommen wir jetzt aber gleich drauf hier mal ganz normal das menü sehen wie viel geld wir drauf haben wie spät es ist und hier können wir eben einfache geschwindigkeit mittlere geschwindigkeit schnelle geschwindigkeit wir haben ein so wie es aussieht food truck hier mehr haben wir dann wohl noch gar nicht mehr aber kurz noch weiter im menü weil es soll ja wie gesagt eine richtige vorstellung hier ein bisschen werden das ist die karte hier das größer ist sie leider nicht nur wenn ich das so vergleich mit pizza connection 1 habe ich ja immer so am ehesten im hintergrund da hatte man deutlich größere maps konnte man viel viel mehr auch im detail gucken welche stadtteile es gab also das finde ich fehlt auch glaube ich hier so ein bisschen dass man es umswitcht hier kommt gar keine hilfe hier sehen wir restaurants eine ausblenden hier können wir das ist das aber schon mal gucken ach so dass wir hätten hier die lager sein ein warenhaus können wir hier mit ein und ausblenden mein warenhaus ist natürlich nachher für die lieferung von waren ganz hilfreich die litfa-säulen wo wir werbung machen mitmachen können sieht so aus wie ein leuchtturm hier und ja gut das haben wir noch nicht das sind hier die bösewichte da haben wir noch keine von wir sehen hier auf der karte grün bereich das ist unser fußpark der steht hier scheinbar am park park kann ich nicht anklicken aber ich sehe hier zum beispiel das hotel hier sieht man mögliche besucher touris sehr viele in der zwischenzeit von 0 bis 3 also das mit den uhrzeiten finde ich jetzt auch alles noch so ein bisschen suboptimal aber da wird man natürlich schauen was bringt uns später patches montago mobil pizza pizza imperium also statistik finanzen eingestellte haben wir alles noch nicht werbung keine daten waren bewegen ich denke ich weiß nicht ob das jetzt hier so gut ist ehrlich gesagt ob wir den irgendwo anders hinstellen sollten kann ich ehrlich gesagt noch nicht genau sagen was da das beste ist außer betrieb karte bearbeiten wir haben noch keine pizze man könnte jetzt aber auf der karte ein bisschen rum suchen und sagen okay ja wenn studie im stadion da sind super viele studenten auch viele arbeiter immer so zwischen 18 und 24 uhr dann wird es den zum beispiel bewegen zeigt er mir hier einen punkt an wahrscheinlich als ein tutorial das kann es jetzt auch nur hierhin stellen ja es wird immer wieder hin ich kann ihn hierhin bewegen ich kann hier durchklicken also haben wir die möglichkeit zu schauen es gibt nur so ein paar feste punkte ich kann jetzt nicht einfach eben auf die straße stellen wir können hier am kino hinstellen wir können ihn hierhin stellen dass sie irgendwie ja weiß ich nicht was das genau für ein gebäude ist da haben wir mal durchgängig von allen möglichen zielgruppen welche hier ist jetzt auch nicht so cool ich würde ihn auch nicht hinstellen wollen vielleicht war es gerade eben schon aber hier ist es von allen immer so ein bisschen das mitten irgendwie im wohngebiet dann sind wir hier wieder also wir hier wieder also bleiben wir doch am kino haben wir zwischen 12 und 21 uhr echt gut was zu tun vor allen dingen müssen wir so ein bisschen wert auf die teenager legen wir stellen jetzt einfach erst mal hier hin so können die karte drehen das normal mit der maustaste gedrückt halten und so ein bisschen hin und her schwenken hier haben wir auch noch wir können auch unsere reichweite erweitern wir gucken natürlich jetzt hier nochmal ob wir irgendwie nachrichten lesen können lapentolter hat schwierigkeiten ich weiß auch noch nicht genau sorry leute wir haben hier noch die möglichkeit zu schauen außer betrieb weil wir die menü karte eben noch nichts drauf haben da kommen aber zu zum pizza backen keine sorgen gelagerte zucht ungebrauch unbrauchbare zutaten gelagerte da sehen wir dann noch was da so los ist ich hätte eigentlich auch gedacht dass wir dafür ein restaurant brauchen aber vielleicht können wir dann auch direkt aus dem food truck hinaus die dicke jetzt ein bisschen irgendwie im boden verschwunden also das spiel ist doch wie gesagt nicht so hundertprozentig fertig ist ja meistens so heutzutage wir haben hier eine finanzübersicht da ist natürlich auch noch nichts zu sehen keine nachrichten nichts wir haben finanzen angestellte du besitzt kein restaurant weil die menü karte wir haben waren wir haben werbung alles bisher hier noch nicht so im bereich weil wir natürlich alles noch nicht haben wir müssten dann auch überlegen wo wir laden zum beispiel aufmachen aber gucken wir mal die backstube unsere zielgruppe hatten jetzt gesagt sind eigentlich teenager fürs erste und zwar ich nehme so eine standard pizza form man kann die echt komplett noch verändern wenn man es gerne möchte habe ich mir sagen lassen nachdem entsprechend hat man es gesehen in den super also in denen hier liegen die man ja nachher so eröffnet sieht man animiert was für eine pizza derjenige auf dem tisch liegen hat also man könnte besondere form machen die jetzt die form selbst hat keinen einfluss aber man sieht dann eben dementsprechend nachher ganz genau welche pizzen gehen gut und welche nicht also tomate guckt jetzt erstmal so ein bisschen der teenager ist halt aktuell unsere züge da kann man hier die gruppen durch der teenager pizza und der teenager mag auch vor allen dingen fleisch für sich nicht so seins und bisschen kräuter marke auch also eigentlich brauchen nur fleisch weil weniger ist auch manchmal mehr gibt es denn überhaupt das ist relativ einfach gehalten das ist leider auch noch so ein bisschen blöd meiner meinung nach ich finde schon dass teenager vielleicht auch keine ahnung zwiebeln mögen sollten oder so ist immer die ganze gruppe ist so durchdäckig blöd also das nehmen wir dann haben wir haben hier die größen auswahl wir können natürlich eine ganze salami rauf legen wenn wir möchten dann können sie aber auch hier unten klein häckseln und legen wir so ein paar scheiben drauf machen wir einfach erst mal hier die belagmenge ist okay ich mag die zutaten auf dieser pizza ich kann mir diese pizza leisten die pizza hat die perfekte belagmenge sagt er schon und ich finde es ist eigentlich fast ein bisschen wenig sondern noch ein bisschen kleiner gehäckselt kommen also ich bin auch eher so der freund von diesem klein gehäckselten salami ist wenn ich meine pizza selbst belege ist das meistens so so wir sehen jetzt 135 gramm sind da drauf an fleisch dann würde ich jetzt einfach nur noch ein bisschen oregano was ist denn was kostet Ingmar Petersilie Curry Knoblauch Knoblauch ist recht günstig schon klein gehäckselt mal guck mal dann kommt hier jetzt noch so ein bisschen knobby für den geschmack hier noch ein und da noch eine soll auch ein bisschen gut aussehen das ganze oregano ist echt teuer das mal gucken wie das noch so passt ich weiß wie gesagt das muss man nun vom verhältnis her noch mal ein bisschen schauen so haben wir das käse wollten wir ganz gerne auch haben die teenager bauen ein bisschen käse mozarella ricotta ist ganz schön teuer ist aber dann auch eher anspruchsvoll wahrscheinlich das brauchen wir nicht zwingt gouda also ich mache das ganz gerne wenn es ein bisschen gemischt ist bisschen gouda und ein bisschen mozarella so man wird sagen marktforschung neue pizza erstellen können hier jetzt eben noch mal schauen wie viel haben wir drauf einkaufspreise fünf euro sieben kostet uns die rohzutat und wenn wir sagen okay und das ganze war mit 150 prozent gewinn am anfang verkaufen werden 12 euro 76 der geplante verkaufspreis und hier können wir speichern wenn wir sagen wir wollen das nachher zum beispiel auch irgendwie wieder aufrufen können haben wir die möglichkeit eben das ganze im rezept buch zu speichern benötigten marktforschung zwei guten bewertungen für dieses pizza rezept inklusive preis also marktforschung zwei brauchen wir speichern ein rezeptbuch ok er und schafft freigeschaltet ein herz für hipster er und schafft freigeschaltet die erste pizza also das ist unsere erste pizza wie gesagt hier haben immer so ein handy das muss kann man natürlich da lassen muss man nicht da lassen und das dürfte erstmal so fürs erste reichen die pizza ist noch nie so das highlight meine ich meiner meinung nach aber dürfte reichen unser food truck muss überhaupt jetzt noch mal hier der kino großes kino großes kino hier ist das große kino so backstube und nehme ich jetzt noch eine machen erstmal abbrechen backstube verlassen so food truck menükarte pizza macht ihr hat gar keinen namen gekriegt das war ein bisschen blöd kann ich die nachher rein kann ich sie noch ändern team spezial team spezial salami team spezial salami fortfahren so pizza speichern passt schon team spezial salami packstube erstmal schließen haben wir sie jetzt in die karte reingezogen genau man zieht es dann einfach von links nach rechts man kann maximal sieht man zehn pizzen auf eine menükarte packen liefere priorität voll hoch fünf verschiedene zutaten das problem ist umso mehr zutaten umso heftiger muss man nachher sich waren liefern lassen waren liefern machen halt über menü plan man sieht dass wir brauchen wir brauchen fachpersonal mitarbeiter können wir einstellen gibt noch keine besitzt kein restaurant also müssen wir dann doch erst eben unsere restaurant anmieten damit wir da den mitarbeiter einstellen können weil hier sehen wir eben können wir noch nichts zufriedenheit benötigt marktforschung 1 waren zeige ich noch mal forschung hier noch mal gucken da pen toller ok finanzen statistik spitz imperium alles in ordnung keine daten hier komme ich so auch nicht wirklich aber natürlich noch die werbung aber ich komme jetzt nicht richtig in das menü rein kann aber auch sein weil es ja nun mal brauchbar zutaten entfernen lager verwalten geht nicht müssen also tatsächlich mal schauen dass wir uns noch ein restaurant irgendwo anbieten vielleicht irgendwo in der nähe vielleicht nicht zu weit weg was ist das denn der opa ist in der nähe wo man haben aber auch alles mögliche wir haben aber ganz ganz wenig teenager in dieser region weil da wir sowieso schon so ein bisschen auf die teenager ausgerichtet sind sollten wir vielleicht auch da mal schauen und vielleicht gibt es eben eine schule oder irgendwas wo viele teenager in der nähe sind da sehen wir ja in dem wenn wir die restaurants anklicken also sieht so ein restaurant eben gleich aus das werden wir dann aber natürlich noch mal schauen wenn wir hier so ein hotel in der nähe super interessant für touris vor allem auch scheinbar gleich zwei hotels direkt nebenan hier ist ein stadion da haben wir die studenten und teenager auch nicht gut nicht gut vertreten hier nicht haben wir die teenager nirgendwo eigentlich als große zielgruppe kirche halten sich wahrscheinlich nicht so viele teenager auf den hat man schon hier ist es naja das haben wir hier noch hier sind wir ziemlich am ende super viele touris hohe zielgruppen für touris zwei geschäfte auch direkt nebeneinander hier haben wir ein bisschen mehr im einkaufszentrum halten sich die teenies auf mögliche besucher sechs fast aber auch die ganze zeit ne außer irgendwie zwischen sechs und zwölf oder so da sind sie in der schule da wird wahrscheinlich relativ wenig hier los sein und so guckt man halt erstmal rum was für restaurants gibt es überhaupt welche zielgruppe will man sich entscheiden ich glaube mit unseren teams haben wir jetzt uns gar nicht mal unbedingt so den gefallen getan meinetwegen für sie sind foodschwack in ordnung aber ich denke dass wir uns ansonsten irgendwo anders noch mal ein bisschen spezialisieren sollten hier sind wie ein marktplatz hier ist eine bunte mischung kann man sagen teenager tourist von allen bisschen was da zumindest typ klein kosten 381 aber auch das können wir alles noch gar nicht pachten da muss ich auf jeden fall mal schauen dass wir in der nächsten folge da ein bisschen vorankommen für die erste pizza connection folge war es das ich danke euch fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat natürlich gerne ein like da lassen und dann freue ich mich auch wenn ihr beim nächsten mal wieder reinschaltet bis dann und tschüss